Hallo ihr Lieben, nach dem 60-minütigen Time-Trial heute, egal ob ihr Biken, Rudern oder Laufen wart, könnt ihr, wenn ihr wollt, einen kleinen Cooldown mit mir machen. Das Cooldown von heute hat zum Thema Hüftöffner, weil egal was wir heute für eine Belastung hatten, könnte sein, dass ihr dann jetzt ein bisschen verspannt rund um die Hüftregion seid und einfach generell, weil das oft viel zu kurz kommt, so ein paar Brust- oder Herzöffner, dass wir einfach die Brustwirbelsäule wieder ein bisschen frei kriegen. Ist eine kurze Einheit, müsst ihr nicht immer nach so langen Belastungen machen, könnt ihr auch einfach mal machen, wenn ihr merkt, okay, ich fühle mich gerade unbeweglich. Ist für jedes Level geeignet. Ja, ansonsten macht es einfach mit, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß! Legt euch auf eine Matte, irgendwas Gemütliches, was ihr habt und wir starten erstmal in der sogenannten Child's Pose. Dazu nehmt die Beine ruhig ein bisschen weiter als Hüftbreit auseinander, setzt euch auf die Fersen und dann geht mit den Händen vor, soweit wie es geht und legt euch die Stirn am Boden ab. Für wen das unbequem ist, der kann sich ein Kissen oder ein Block oder irgendwas hernehmen und das unter die Stirn legen, dann legt sie nochmal ein bisschen erhöhter, so wie ihr möchtet. Da bleiben wir jetzt erstmal im Bein. Atmet dabei tief ein und aus, kommt runter, lasst eure Leistung Revue passieren, was ist gut gelaufen und entspannt euch. Das ist gut, was ist gut. Genießt noch die letzten Momente in der Child-Pose. Und mit dem nächsten Einatmung machen wir den Rücken rund und gehen nach vorne in den Vierfüßler, Hände sind unter den Schultern, Knie sind unter der Hüfte und dann in eurem Tempo den Rücken ganz rund machen und mit der nächsten Ausatmung gefühltes Hochkreuz, Brust nach vorne. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal, jeder in seinem Tempo, so wie es ihm gut tut. Macht euch jedes Mal ein Stückchen weiter auf, Schultern nach hinten zusammenziehen, Brust raus und hier richtig den Boden unter euch wegdrücken. Einer noch. Und dann kommt wieder in den Vierfüßler. Dann nehmen wir die rechte Hand einmal nach oben auf, streckt sich nach oben, so weit wie es geht. Und dann nehmen wir die Hand unter dem linken Arm durch und bringen uns so weit wie möglich zur Seite, so dass wir hier einen schönen Zug spüren. Dann könnt ihr die Wange gerne am Boden ablegen. Wer möchte, kann die linke Hand nehmen, hinterm Rücken greifen und probieren den Oberschenkel oder das T-Shirt zu greifen. Machen wir uns gleich auf der anderen Seite auch noch auf. Das war kein Muss. Das war kein Muss. Dann alle, die die Hand hinten haben, einmal die linke Hand zu Boden bringen. Und dann drücken wir uns wieder hoch in den Vierfüßlern, nehmen die linke Hand nach oben, strecken uns auf, so weit wie es geht. Und dann gehen wir unter der rechten Hand durch, schieben die Hand drüber, so weit wie möglich. Und entweder wir lassen die rechte Hand am Boden liegen oder wer das auf der anderen Seite schon gemacht hat, einmal hinten das T-Shirt oder den Oberschenkel probieren zu greifen und da ganz groß machen. Dann alle, die die Hand hinten haben, langsam lösen. Und dann wieder zurück in den Vierfüßler kommen. Und von hier nehmen wir die Hände, einmal zwei Handbreiten weiter nach vorne, stellen die Füße hinten auf und kommen einmal in den Yoga-Hund, in den herabschauenden Hund und nehmen jetzt hier die Fersen einmal im Wechsel tief, bringt auch ein bisschen Bewegung in den Oberkörper rein, sodass wir uns ein bisschen in die Position reinfühlen. Schiebt es da bei den Hintern so weit nach oben, wie es geht. Bleibt lang im Rücken und kommt einmal in einen ruhigen, herabschauenden Hund, so weit wie es euch möglich ist. und atmet tief ein und aus, drückt richtig die Handflächen in den Boden rein, noch drei tiefe Atemzüge. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir vor eine Liegestützposition und lassen uns entweder auf den Knien oder ganz langsam in die Liegestützposition runter, die Hände sind unter den Schultern und dann schieben wir nur die Schulterblätter nach hinten und öffnen die Brust so weit wie es geht. Und die Cobra. Mit der nächsten Ausatmung langsam ablegen und mit der nächsten Einatmung wieder nach hinten aufziehen, nur aus dem Rücken raus. Und der Mark einmal die Hände strecken, so weit wie es geht und dann Füße wieder aufstellen und nochmal in den herabschauenden Hund kommen. Und von hier dreht der rechte Fuß 45 Grad nach außen, der linke kommt zwischen die Hände durch und wir richten uns auf. Schiebt dabei die hintere Hüfte, also in dem Fall die rechte Hüfte, so weit nach vorne wie es geht und probiert zum vorderen Knie 45 Grad Winkel zu haben, äh 90 Grad Winkel. Und dann nimmst die Hände einmal neben den Fuß, legt den Fuß hinten ab und bringt noch einmal die Hüfte so tief zu Boden wie es geht. Und dann lassen wir die rechte Hand am Boden, die linke zieht nach hinten auf, zum vorderen Beinen, macht die Brust so weit auf wie es geht. Und langsam lösen, hinteren Fuß wieder aufstellen und nochmal in den herabschauenden Hund kommen. Schiebt dabei die Brust so weit durch die Arme durch wie es geht und zieht den Hintern nach oben. Als würde euch jemand am Hintern nach oben ziehen. Und dann drehen wir den linken Fuß 45 Grad nach außen, der rechte kommt zwischen die Hände und wir richten uns vorsichtig auf, schieben jetzt die linke Hüfte nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung setzen wir beide Hände tief, legen den Fuß hinten um und bringen nochmal die linke Hüfte so weit zu Boden wie es geht. Und dann nehmen wir jetzt diesmal die rechte Hand nach hinten, öffnen uns zum vorderen Bein auf, machen uns richtig groß, Brust öffnen so weit wie es geht. Und langsam wieder lösen, beide Hände zu Boden und dann kommen wir nochmal in den herabschauenden Hund. Bleiben noch für drei Atemzüge. Und mit der nächsten Ausatmung kommen wir wieder in Liegestützposition und lassen uns langsam ab. Bilden aber mit den Händen Kissen und bleiben kurz einen Moment so liegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kommen wir einmal in Rückenlage, stellen die Füße einmal auf, dann nehmen wir den rechten Fuß über den linken Oberschenkel und greifen mit den Händen zwischen dem Loch durch und ziehen uns die Beine so dicht zur Brust wie es geht. Platz mit den Schultern am Boden. Platz mit den Händen. Und dann lassen wir die Beine genauso wie sie sind und lassen sie zur linken Seite nach unten, setzen dabei den rechten Fuß auf, greifen das Fußgelenk und der Blick geht zur rechten Hand. Das ist ein ganz sanfter Hüftwurst. Platz mit den Händen. Und dann kommen wir wieder nach oben, lösen die Position, stellen den rechten Fuß auf, linker Fuß geht über den rechten Oberschenkel und dann ziehen wir uns beide Beine wieder zur Brust ran. . Dann bringen wir beide Beine wieder genau in der Position zur rechten Seite, diesmal nach unten, greifen am Fußgelenk und der Blick geht zur linken Hand auf die andere Seite. Und langsam lösen, schnappt euch beide Knie und macht ein paar kreisende Bewegungen, massiert euren unteren Rücken, wechselt auch mal die Richtung und dann greift mit den Händen in eure Kniekehlen und wippt ein paar Mal nach oben und nach unten, massiert jetzt den ganzen Rücken und dann kommt ihr irgendwann in einen bequemen Sitz. Entweder ihr setzt euch in den Schneidersitz oder in irgendeinen anderen Sitz oder wer einen Block oder ein Kissen hat, kann sich das nochmal unter das Gesäß setzen. Da sitzt man meistens noch ein bisschen bequemer, wenn es ein bisschen erhöht ist, ist aber kein Muss. Dann nehmen wir zum Abschluss die Hände einmal ineinander und strecken sie über uns drüber, machen uns richtig groß und dann lehnen wir uns zur rechten Seite, ganz vorne nach drüben, machen uns schön rund, öffnen uns zur linken Seite auf, überstrecken uns ganz leicht und das gleiche auf der anderen Seite. Kommen wieder nach vorne. Kommen wieder nach vorne. Und noch ein halben Wechsel. Schiezt die Hände so weit nach vorne raus, wie es geht. Letztes Mal. Und dann streckt euch nochmal nach oben aus. Und dann habt ihr es geschafft. Danke fürs Mitmachen. Viel Spaß noch. Noch einmal nach vorne. Vielen Dank.